Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Anno 2070, die Tiefsee-Projekt-Hauptstädte. So, und wir waren beim letzten Mal dabei, diese Insel wieder einzunehmen, nachdem wir sie ja, ja wir hatten sie ja, ja wir hatten sie ja noch nicht ganz übernommen, oder wir wollen sie ja gerade übernehmen, so. So, wir hatten ja gesagt, wir müssen hier Schiffsbewachung überall hinstellen, die Monsoon 3, Mistrada, wir hatten ja doch einiges, nein, 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 ähm, also wenn haben wir da so ein Flugzeug? Die hat auch nicht mehr viel Treibstoff. So. Okay. Ähm. Der Feind hat... Ich habe die Reichweite meiner Waffensysteme erhöht, extra für Sie. Ja, lass mal sehen, wir haben noch einen neuen Treibstoff. Das mal hier wieder rüber schicken. Da wir... Nein. So, die Insel. Okay, so viel Mies machen wir jetzt deswegen nicht. Okay, dann... Bombardierter Schiff als erstes. Ihr zwei... Fährt mal zusammen. Ihre Tage sind gezählt. Oder willst du das Schlachtschiff angreifen? Diese Begegnung überleben sie nicht. Okay. Hm. Okay, alle Schiffe feuerbereit machen. Oder Schiff feuerbereit. Alle Schützen auf Gefechtsstation. Okay, hier dahin. Da du zurück. Du gehst mal für kurze Zeit in die Reparation. Hm. Komm. Hier bo... Nein. Zehn Tonnen Uran. Und Zoom. So. Komm. Damit... Das muss jetzt einfach weg. Die hatten nicht mehr viel Treibstoff. Hier dahin. Schade, dass wir hier nicht... Die hier auch noch mit reinbekommen. Das zieht mich alles nicht. Zwölf Punkte nur... Oh, das geht ja noch. Nee, das kann es wohl nicht angreifen. Na gut. Wir sollten die Flotte sollte dann... Das war noch nicht so gravierend. Das Schiff kann... Wenn ich groß bin, würde ich auch Pilot werden. Also, sonst könnten wir mal... Die zwei Sachen schnell... Das brauchen wir wesentlich länger. Äh... So, hat man ihn deutlich... Sobald ich sie im Fadenkreuz habe, sind sie Elf... Oh, scheiße. Das ist unser eigenes. Schnell weg hier. Alle Kanonenfeuer gegen... Alle Schützen auf Gefängnis. Ähm... So, sie Minen. Sie könnten wir mal hier positionieren. Das ist die beiden Schiff können sich mal ablösen. So... Ach du Scheiße. Oh, nö. Jetzt hat der da auch noch ein Kontor wieder. Raus hier. Ähm... Das müssen wir in einem Bombenschwall eliminieren. Ach komm, scheiß drauf. Die muss aber jetzt... Der muss jetzt wieder starten, weil... Ich gerne das hier... Hm... Nächste, das hier gerne. Verschwinden Sie! So... Warnung. Feuer entdeckt. Äh... Uh... Äh... Wir haben genügend Geld. So... Das wir erstmal hier hin... Beton? Das... Äh... Beton, das ist... Entwärmung. Feuer eingedämmt. Äh... So, hier... Dann ist die Minen eine kleine... Äh... Können wir hier schnell hin. Na komm. Ähm... Dann... Was fehlt denn dann noch? Wieso ist der hier? Wir müssen die Flugzeuge dringend schnell wieder einsatzbereit machen, sonst haben wir ein Problem. Okay, da brauchen wir nichts wirklich davon. Ähm... Okay... Okay...